Hey Leute, was geht ab? Hier ist Aymard und ich habe jetzt voll Bock auf so ein bisschen Scharfschütze. Eben war gerade eine Host-Migration und deswegen geht es jetzt so mittendrin los. Oh, 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 oh. Da kommt er. Sehr schön. Uzi ist die schlechteste Waffe in Black Ops. Nein, weiß ich nicht. Aber sie ist auf jeden Fall scheiße. Ziemlich scheiße. Oh Gott, ey. Ich mochte die Uzi bisher in keinem Spiel, dass ich jemals gespielt habe. Immer irgendwie so eine Waffe, die die Entwickler hassen. Und deswegen spiele ich auch nicht mit ihr. Oh, Stakeout. Oh, da unten ist einer. Aber ich kann ihn ja nicht erreichen. Er ist zu weit weg. Da kommt einer. Warten wir auf ihn. Ja, natürlich war das ein Hitmarker. Das war ein Hitmarker. Oh, die will ich haben. Alle. Alles meine. Oh. Das sind nicht doppelte Punkte. Wo sind die Gegners? Da war einer. Ach, komm, ey. Oh mein Gott. Den letzten habe ich nicht mehr getroffen. Den Rest schon. Oh, nice. Ich mag die Waffe. Okay. Okay. Wo sind denn die alle? Der müsste einer sein gleich. Ja. Komm her. Über mir wahrscheinlich, ne? Ja. Wir finden keine Gegner. Hä? Ist da einer? Oh. Den habe ich echt voll übersehen, ey. Da links ist einer. Oh mein Gott. Da ist einer. HK ist ein... Oh. Oh, scheiße. Ich werde so verkacken. Am besten. Ich messe sie einfach alle. Ich messe sie. Da unten. Komm schon. Oh. Ich habe mein Headset falsch konfiguriert. Fällt mir gerade auf. Oh. Wer hat doppelte Punkte? Ich habe doppelte Punkte. Digga. Ah. Jetzt komm schon. Python. Ja. Du willst mir... Oh. Scheiße. Schade, 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 schade. Oh nein. Ich trottel. Jetzt mal wieder drei Jahre lang nachladen. Messer ihn einfach ehrlich, ey. Was? Okay. Okay. Ach, scheiß drauf. Er kriegt erstmal beide scheiß Kitzel. Unglaublich. Oh, komm, ey. Waffenwechsel endlich. Yeah. Aber besser als zu ziehen. Oh, wow, 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 wow. Das ist eine... So ist das Leben. Hä? Was soll das denn? Aha. Das sieht kurz aus. Wenn die Waffe auch noch Rückschlag hätte, ne? Dann... Dann wäre sie echt krack. Und scharf jetzt eine Runde. Was haben wir denn da? Scope in Zweihändig. Mal schauen. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Da kommt einer. Ja, okay. Ach, egal. Ich gewinne das. Das gefällt mir auf jeden Fall. Kein besonders gutes Spiel, aber... Ich hab's auf jeden Fall gewonnen. Und das ist die Hauptsache. So. Okay. Okay. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen. Vielleicht zog ich jetzt ein bisschen High Roller. Haut rein. Okay. Nein. Vielen Dank.